So, hi Leute. Ja, willkommen bei Selfloose. Ja, heute eine Vorbereitung, Motorrevision. Ja, sind zwar nicht so die herstgeliebten Arbeiten, aber es muss ja sein. Ja, wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr mir ja mal über die Schulter schauen. So, ich habe die Schelle schon mal ab hier. Dann kann der Benzinschlauch da nämlich dann auch durchrutschen, wenn man den Motor dann rausnehmen will. So, dann kann ich nämlich den Schlauch hier, den Kraftstoffschlauch auch hier durchstecken, so weit wie möglich. So, weiter geht's jetzt nicht. Aber ich denke, das reicht, um den Vergaser bzw. den Motor nachher dann rauszunehmen. So, wir sehen nochmal die Bauzüge raus. So, dann ist der nämlich dann soweit frei. Okay. So, der Luftsaugbalk hier, der bleibt natürlich dann am Fahrzeug drin. Deswegen trennen wir den auch mal ab. Na, was steht da drin? Ist das Wasser oder ist das Öl? Wird wahrscheinlich Öl sein. Blowback. Ein bisschen jedenfalls. So. Ah, wie schön. Jetzt kommt auch noch die Sonne raus. Ja, weiter geht's. Auspuffschellen lösen hier. Mal gucken, wie fest die sitzt. Und Batterie muss auch noch raus. Und dann halt auch noch die Züge. Hier unten die hier. Die zur Bremse und zur Kupplung gehen. Die müssen da auch noch ab. So. Auspuffschellen lösen. Da kommt jetzt die Batterie drin. Hier sitzt die Batterie. Wird eigentlich auch nur hier durchgehalten. Muss auf jeden Fall ab. Geht ja auch eine Leitung zum Anlasser. Da sitzen wir noch mal hier zwischen. Aber besser ist besser. Wie ihr seht, hat sich da bei mir ein alter Wagenheber bezahlt gemacht. Ne? Praktisch. Geht auf die richtige Höhe. Kompakt. Ja. Praktische Sache. Kleiner Tipp von mir. So. Und weil das Rad immer schwer rausgeht, wenn man das Fahrzeug nicht gerade hinlegt, wenn da noch Luft drauf ist, lasse ich jetzt erstmal die Luft ab. Wird erstmal eh nicht gebraucht. Wird erstmal eh nicht gebraucht. Jetzt gehen wir an. Dann da draußen. So schaut's aus. Und hier sitzt der Kupplungs- äh der Hinterradbremsenzug. Und... Und... Ah, wo ist er denn? Ja, versteckt sich ein bisschen dahinter. Oh, hier. Jetzt muss ich von der anderen Seite gucken. Da ist der Kupplungs-Schloch. Schön eingesuggelt. Da ist der Kupplungs-Schloch. 7 und 8 müsste das dann sein. Mal sehen. Das sieht gut aus. Uh, da rutscht er wieder weg. Ja, so ihr Lieben. Dann haben wir jetzt also Kupplungszug ab. Hinterradbremszug ab. Die Schelle vom Auspuff ist ja auch schon gelöst. Aber ich glaube, jetzt müssen wir noch mal ein bisschen runter schlagen hier, sonst kriege ich den Auspuff nicht ab. Ok, jetzt lasst das pro. Okay. ... Musik ... Das ist ein Stück hier. so lose so wie sein also die Züge die müssen noch aus ihrer Führung aus hier da ist das noch mit dem Motorblock verbunden und hier dann würde ich sagen kann die Verbindung hier mal gelöst werden dann können wir den Motor vorsichtig nach unten ablassen da kommt dann noch eine Holzplatte drunter dass das hier nicht auf dem Asphalt aufliegt und dann sollte das gehen da 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 walk down the street saying hello to the people I meet and I'm killing my love underneath the sun so hinten ist der Motor schon rum ja jetzt ist er nur noch hier befestigt an der Quertraversenschraube muss ich nur noch die Schaltraste abbauen hier und dann kann es abgehen so die Schaltraste ist ab und die bleibt auch an den Zügen drin man kann dann noch ein bisschen prüfen ob da irgendwie zu viel Spiel im Hebel hier ist ja ein bisschen Spiel ist da aber ich glaube das ist noch nicht so tragisch gab auch noch keine Probleme mit der Schaltung dann bleibt er nämlich dran also die Schaltraste bleibt beim Fahrzeug dann erspart man sich ein paar Einstellarbeiten hier mit den Zügen dass die Gänge dann auch richtig sitzen dann geht es jetzt an die Quertraversenschraube hier vorne das ist das letzte was der Motor noch am Fahrzeug hält da steht er träg ich wie er ist naja ich jetzt erstmal meine Prothese rein damit die Westbahn sicher entstand hat und man sich auch noch ein bisschen rollen kann so sieht das gute Stück aus bildet im Prinzip dann das Gehäuse des Motors so nach mechanisch zumindest weil das ja Teil der Schwinge ist und ja mit den Rädern hier ist das Ding dann auch noch ein bisschen rollbar hier vorne kommt dann die Traversenschraube durch da muss man montieren da muss man montieren da 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017